Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kapitel Tierschutz wird im Koalitionsvertrag eingeleitet mit dem Satz, Tierschutz ist als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Diese Feststellung hat Konsequenzen. Tiere sind nicht mehr Sache, Tiere sind Mitgeschöpfe, Tiere haben Rechte. Tiere können ihre Rechte jedoch nur selber nicht durchsetzen. Deshalb steht im Koalitionsvertrag, wir werden ein Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzverbände im Landesrecht verankern. Wir wollen den Tieren eine Stimme geben. Mit dem Tierschutzverbandsklagegesetz Schleswig-Holstein stärken wir die Rechte der Tiere. Verbände, Tierschutzorganisationen stehen parteiisch an der Seite der Tiere. Wir wollen ihre Rolle stärken und das ist gut so. Im Entwurf zum Verbandsklagegesetz steht, ein anerkannter Verband kann, ohne die Verletzung eigener Rechte geltend machen zu müssen, Rechtsbehelfe einlegen. Das ist das Wesen der Verbandsklage. Wir kennen auch dasselbe aus dem Verbandsklagerecht des Naturschutzes. Das Gesetz, das wir heute verabschieden wollen, gibt das Mitwirkungs- und Klagerecht mit den klar definierten Einschränkungen des Paragraphen 3. Nicht jeder Mann oder jede Frau darf davon Gebrauch machen, sondern nur Verbände, die dies beantragen, die sich das also zutrauen und die mitwirken wollen. Deren fachliche Eignung auch nachgewiesen und anerkannt ist, die ihren Sitz in Schleswig-Holstein haben, die gemeinnützig sind. Diese bekommen das Mitwirkungsrecht und letztlich auch das Klagerecht und dürfen dem Tier eine Stimme geben. Wir geben damit dem Tierschutz mehr Gewicht. Die CDU lehnt das ab. Das war nicht immer so. Das Tierschutzverbandsklagerecht hat eine lange Geschichte hier im Hohen Hause. In der 15. Legislaturperiode stellte die Simones-Regierung von einer rot-grünen Mehrheit getragen, im Bundesrat den Antrag, im Tierschutzgesetz ein Verbandsklagerecht zu verankern. Das war 2003 mit dem grünen Umweltminister Klaus Müller. Das scheiterte damals an den Mehrheiten. In der 16. Legislaturperiode, wir Grünen waren in der Opposition, habe ich mich dann nächtelang mit Tierschutzexperten hingesetzt und einen Gesetzentwurf ausgearbeitet. Es gab ja damals kein entsprechendes Gesetz irgendwo. Das haben wir dann eingebracht im Februar 2007. Die CDU war dafür. Also schon dagegen. Wörtlich führte der CDU-Sprecher aus, es ginge nicht um grundsätzliche Vorbehalte. CDU, ich wiederhole, es ginge nicht um grundsätzliche Vorbehalte, sondern um rechtliche Gründe. Originalton des geschätzten Kollegen Klaus Ehlers damals. Wir haben dann den wissenschaftlichen Dienst beauftragt, Prof. Kasper, Ergebnis, da der Bund dies nicht abschließend geregelt hat im Tierschutzgesetz, unterlag eine landesgesetzliche Regelung, nicht der kontinuierlichen Gesetzgebung. Ein Landesgesetz war rechtlich also möglich, doch möglich und war ja auch beantragt. Da kamen der CDU dann doch plötzlich inhaltliche Bedenken. CDU und der zähneknirschende Koalitionspartner SPD lehnten nach jahrelanger Verschleppung das Gesetz ab. Die FDP, insbesondere der Kollege Dr. Garsch, knirschten mit. Trotzdem beflügelte der schleswig-holsteinische Entwurf und das Gutachten des wirtschaftlichen Dienstes die Debatte bundesweit, wenn auch andere Bundesländer keine Anfechtungsklage vorsahen, sondern lediglich eine Feststellungsklage. Darin unterscheidet sich unser Gesetz bis heute. In der 17. Legislaturperiode, Grüne und SPD in der Opposition, haben wir zusammen im November 2009 einen leicht modifizierten Antrag eingebracht. Und es kam, wie es kommen musste, Kollegin Sandra Rittmann erinnert sich, CDU und der zähneknirschende Koalitionspartner FDP, hier insbesondere wieder der Kollege Dr. Gark, lehnten am 19. März 2010 ab. Nun schreiben wir also den Dezember 2014. Eine erfolgreiche rot-grün-blaue Koalition beflügelt den echten Norden. Der dritte Gesetzentwurf liegt vor, also aller guten Dinge sind drei. Nach zwei Jahren Befassung im Landtag, nach Anhörung und Diskussion im Ausschuss in mehreren Sitzungen, nach 24 Umdrucken, nach etlichen Änderungen des Gesetzentwurfs, nach etlichen Änderungen des Gesetzentwurfs, also Demokratie funktioniert, liebe Piraten, tatsächlich, ganz transparent, partizipativ und fachlich fundiert, nachdem wir denn doch nicht die Pioniere werden durften, nach Bremen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Saarland und noch vor Hessen, gibt sich das Land Schleswig-Holstein ein Tierschutzverbandsklagegesetz. Meine Damen und Herren, wir geben dem Tier eine Stimme, dem Ochs und dem Esel und auch der Weihnachtsgans. Die CDU wird das Gesetz erneut ablehnen. Wir wünschen ihr und Heiner Rickers viel Erfolg bei den Frauen, bei den jungen Menschen, in den großen Städten ihr Wählerpotenzial zu verbessern. Es ist ja Weihnachtszeit, man wünscht sich Gutes. Ja, meine Damen und Herren, bilanziell kann ich sagen, Politik bedeutet manchmal ganz dicke Bretter, ganz lange Bohren. Und ich darf mich an dieser Stelle bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen, die das mitgetragen haben. Ich freue mich heute, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Das ist lieb, danke schön. Ich freue mich heute für unser Land und die Tiere. Herr Ministerpräsident, er ist da, Herr Ministerpräsident, sprach von dem Stolz, mit dem wir hier auch unser Handeln auszeichnen sollen. Also jedenfalls, ich glaube, wir können heute stolz sein, dass wir das Tierschutzverbandsklagegesetz endlich auf den Weg bringen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.